Hallo liebe WM-Freunde, morgen geht es für die deutsche Nationalmannschaft um Leben und Tod, so kann man es zumindest überspitzt ausdrücken, bei der WM 2018 in Russland. Im Spiel gegen Schweden müssen sie unbedingt gewinnen, sonst droht auch uns der Weltmeisterfluch und wir fliegen bereits in der Vorrunde raus. Wer mich noch nicht kennen sollte, mein Name ist David Stritschek und in diesem Video werde ich euch meine Aufstellung gegen Schweden vorstellen und am Ende einen Sportwettentipp zu diesem Spiel abgeben. Außerdem werde ich unter allen, die dieses Video kommentieren, den Daumen drücken und meinen Kanal abonnieren, eine Paysafe-Card in Höhe von 10 Euro verlosen. Wer seine Chancen auf die 10 Euro erhöhen will, der sollte sich auch meine Zusammenfassung des Spiels Deutschland gegen Mexiko anhören, einfach auf die Infokarte klicken und ihr werdet weitergeleitet. Dort werde ich morgen früh unter denselben Bedingungen ebenfalls eine 10 Euro Paysafe-Card verlosen. Kommen wir zu der Aufstellung. Ich werde an der taktischen Ausrichtung zunächst nichts ändern und dann 4-5-1 oder 4-2-3-1, wie man will, festhalten. Im Tor würde ich wieder neuer vertrauen. Auch wenn die Kritik an ihm aufgrund der Spielpraxis vor dem Turnier groß war, im Spiel gegen Schweden führt an ihm kein Weg vorbei. Die Abwehr stellt sich meiner Auffassung nach von selbst auf, da die Alternativen uns keinen Mehrwert bringen würden. Die einzige Änderung im Vergleich zum Mexiko-Spiel würde ich auf der Position des linken Verteidigers vornehmen. Ich würde den Berliner Plattnaht rausnehmen und durch Hector ersetzen und hoffen, dass er etwas mehr Stabilität und Schwung ins Spiel bringen kann. Hier stellt sich allerdings die Frage, wie er sich nach seinem Gripphallen-Effekt erholt hat. Namentlich wären es also Hector auf der linken Außenverteidiger-Position, Hummels und Boateng in der Innenverteidigung und Joshua Kimmich, der gegen Mexiko zu Recht in der Kritik stand und nun gegen Schweden einen Gang hochschalten muss und ich glaube auch tun wird auf der rechten Verteidiger-Position. Im Mittelfeld würde ich weiterhin auf die zwei Sechser Groß und Khedira bauen, Khedira um nach hinten abzusichern und Groß um das Spiel nach vorne zu beleben und vor allem das Tempo zu kontrollieren. Je nach Bedarf auch mal die Bremse zu drücken, damit die Jungs 5-10 Minuten verschnaufen können, bevor sie wieder Vollgas geben. Auf Linksaußen würde ich Reus für Draxler einwechseln, Müller in die Mitte hinter der Spitze positionieren und Özil rausnehmen und dafür Goretzka bringen. Gerade Goretzka hat bei Schalke bereits bewiesen, dass er Rechtsaußen sowohl in der Vor- aber auch in der Rückwärtsbewegung sehr stark sein kann. Und diese Sicherheit brauchen wir aktuell auf den Außenpositionen. Ja, er gehört nicht zu den erfahrensten Nationalspielern, aber bei den Schweden ist jeder ein WM-Neuling. Deswegen darf das jetzt kein Argument sein, ihn nicht zu bringen. Zum Thema Reus müssen wir wahrscheinlich nicht viele Worte verlieren. Die meisten von euch würden mir zustimmen, wenn ich sage, dass Reus einer der wenigen Lichtblicke im schwachen Spiel gegen Mexiko war. Müller finde ich persönlich hat auf den Außen nicht zu suchen. Er muss in die Mitte, wo er aus den unmöglichsten Situationen auch mal ein Ball rein stolpern kann und irgendwo im Zentrum sich seine Chancen kreiert. Ganz vorne würde ich erstmal auf Werner vertrauen und mit einer Spitze spielen. Sollte er dem Spiel keine Akzente setzen können, dann vielleicht schon sogar in der Halbzeit Gomez einwechseln, der als klassischer Mittelstürmer immer gut für ein Tor ist. Ansonsten, je nachdem wie sich das Spiel entwickelt, Üzil vielleicht eine zweite Chance geben und gegen Müller einwechseln und Gündogan gegen Khedira. Das wären so meine Optionen, um eventuell auf den Außen etwas mehr Power zu bringen, wenn diese nicht greifen, Draxler oder Brandt für Reus oder Goretzka. Um es kurz zu fassen, ich bin davon überzeugt, dass egal wie Yogi die Jungs aufstellt, diese morgen das Spiel gewinnen werden. In welcher Höhe ist natürlich schwer zu sagen, aber eine Niederlage kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Wenn man den Aussagen der Spieler auf der Pressekonferenz glauben darf, hat es in der Mannschaft ordentlich gekracht. Jeder hat sich mal die Meinung gesagt, aber man merkt auch, dass es einen positiven Effekt hatte und die Jungs sich der kommenden Aufgabe bewusst sind und nochmal Gas geben werden. Ich hoffe nur, dass Yogi von seinem hohen Verteidigen etwas abrückt und das Gegenpressing circa 10 Meter vor der Mittellinie stattfindet, damit man auch hinten relativ sicher steht und in Schweden keine Chance zum Kontern gibt. Deswegen tippe ich auf asiatisches Handicap minus 1,0 auf Deutschland zu einer Quote von 1,880 bei 1xBet. Wenn mich und meinen Kanal unterstützen möchte und vorhat sich bei 1xBet zu registrieren, dem bitte ich dies über meinen Link in der Videobeschreibung zu tun. Ich erhalte vom Buchmacher eine kleine Aufwandsentschädigung und ihr spielt beim aktuell besten europäischen Buchmacher mit den besten Quoten, alles steuerfrei, der größten Live-Auswahl, 1000 Streams und einer coolen Handy-App. Zu guter Letzt stelle ich euch natürlich die Frage, was glaubt ihr, wie geht das Spiel aus und wen würdet ihr aufstellen, damit wir gegen Schweden gewinnen? Schreibt es mir in die Kommentare und vergesst nicht, an meinem Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem ihr eine PaySafe-Card in Höhe von 10 Euro gewinnen könnt. In diesem Sinne, Daumen drücken und bis demnächst. Dosvedania! Bis zum nächsten Mal.